So lustig, vielen Dank, Peter Grohmann, das ist ja genial. Bei mir gibt es drei organisatorische, drei inhaltliche Ansagen. Das erste ist, kaufen Sie den Stern am kommenden Donnerstag. Da steht mal wieder was Hammerhartes drin über unser Lieblingsprojekt Stuttgart 21. Kommenden Donnerstag Stern kaufen. Punkt zwei, wir haben solche Laternen, 300 Stück am T-Shirt stand der Parkschützer. Die hier ist schon bemalt mit dem schönen Ortsschild. Die, die wir haben, sind alles Blankolaternen. Sie sehen, von innen aus auf der rechten Seite winkt Sabine Schmidt gerade mit diesen Blankolaternen. Davon haben wir 300 Stück, weil nämlich jetzt wieder die dunkle Jahreszeit kommt und wir mit diesen Laternen Licht ins Dunkel um Stuttgart 21 bringen wollen. Wir erinnern uns an die ersten Demos, jetzt vor bald drei Jahren, wo wir ganz viele solche Laternen gesehen haben, viel Selbstgebasteltes. Inzwischen sind wir in diesem Widerstand alle engagiert und haben keine Zeit mehr. Deswegen bringen wir hier jetzt 300 Blankolaternenvorlagen. Nehmen Sie die mit, bringen Sie die in den nächsten Wochen bei den dunkleren Montagsdemos mit, also bei den vom Licht her dunkleren. Inzwischen ist es ja uns vom Herz her schon wieder sehr viel heller seit gestern. Ja, so weit dieses. Und dann noch der dritte Punkt. Heute geht es um fünf Farben. Viele von Ihnen sind verwirrt, weil hier Leute mit Klemmbrettern durchlaufen, wo fünf verschiedenfarbige Zettel drauf sind. Das sind alles Einsprüche oder Einwendungen gegen die siebte Planänderung, gegen das Grundwassermanagement. Das sind fünf verschiedene neue Gründe. Wenn Sie die BUND-Formulare schon unterschrieben haben oder wenn Sie selber sich die Mühe gemacht haben und was formuliert haben und das entweder schon ans Regierungspräsidium geschickt haben oder es noch heute Nacht noch hinfaxen wollen oder es morgen selber hinbringen wollen, völlig egal. Bitte, bitte, bitte unterschreiben Sie diese fünf verschiedenfarbigen Bögen, die wir heute hier massiv haben. Wir haben nämlich, das sage ich jetzt noch nicht, wie viel wir haben, oder? Doch, sage ich schon. Zehntausend. Zehntausend Stück wollen wir heute hier unterschrieben bekommen von Ihnen. Wenn hier zweitausend Leute auf dem Platz sind, und das sieht für mich nach mehr aus. Und jeder, die diese fünf unterschreibt, dann haben wir die Ratzpatz weg. Morgen bringen wir die alle zum Regierungspräsidium in Kartons, schön verpackt. Walter Sittler wird mit dabei sein. Also, machen Sie uns diese Freude, diese große Unterschriftenaktion zu vollenden heute. Jeder unterschreibt fünf Farben. So, und jetzt geht es weiter mit Peter. Gut, ich kündige Ihnen gleich noch was an, aber vorab noch der nächste Stern mit Arno Lui. Ich habe eine Überraschung für Sie am nächsten Donnerstag. Und jetzt begrüßen Sie mit mir... Die Radler, die Radler. Was, die Radler? Begrüßen Sie mit mir, genau. Begrüßen Sie mit mir, die Radler. Wo sind Sie denn? Winken. Ah, die Radler sind wieder da. Und...